Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu dieser 5-Minuten-Meditation für mehr Motivation. Du kannst es dir bequem machen und dann beginne damit, die folgenden Sätze entweder innerlich oder laut auszusprechen. Ich fühle mich nicht motiviert. Ich brauche mehr Motivation. Ich weiß nicht, wie ich mich motivieren soll. Ich bin nicht motiviert. Ich sollte motiviert sein. Und nimm einfach wahr, was in deinem Körper geschieht, wenn du diese Sätze aussprichst. Denn als erster Schritt, um mehr Motivation zu bekommen, ist es wichtig, uns einzugestehen, wo wir stehen. Und meistens haben wir eine geringe Motivation, wenn wir mehr Motivation haben wollen. Und dann kannst du im nächsten Schritt schauen, was bräuchtest du? Und dann kannst du dir im nächsten Schritt die Frage stellen, was bräuchte ich, um motivierter zu sein? Was bräuchtest du, um motivierter zu sein? Du kannst auch die Pause-Taste drücken, wenn du mehr Zeit brauchst. Ansonsten gehe ich zur nächsten Frage. Wie würde es sich anfühlen, wenn du hättest, was du brauchst, um motivierter zu sein? Wie würde es sich anfühlen, wenn du bereits alles hättest, was du brauchst, für mehr Motivation? Und dieses Gefühl kannst du beginnen, einfach zuzulassen. Wie würde es sich anfühlen? Vielleicht merkst du es nur ein ganz bisschen, vielleicht ist es sehr subtil. Und egal, was du gerade wahrnimmst, du kannst dem Gefühl einfach erlauben, immer größer und strahlender zu werden. Sich in deinem Körper auszubreiten, wie ein helles Licht, was immer heller wird. Dass es in jede Zelle deines Körpers geht. Und vielleicht merkst du auch, wie dadurch immer mehr Motivation in dir entsteht. Lass es immer weiter und weiter deinen Körper füllen, bis es irgendwann auch in deine Umgebung fließt. Bis die Motivation immer stärker und stärker wird. Und wenn du magst, kannst du dir auch vorstellen, wie dieses Licht in all das hineinfließt, was nicht motiviert ist. Was Widerstand hat oder angestrengt, angespannt ist, was Stress hat. Sodass es auch darin immer heller und heller wird, bis irgendwann dein gesamter Körper und deine gesamte Umgebung und auch das Projekt, die Sache, für die du motiviert sein möchtest, erstrahlt in einem Licht der Motivation. Dann nimm dir noch ein paar Atemzüge oder so lange, wie du brauchst. Und dann wünsche ich dir viel Freude mit mehr Motivation. Schön, dass es dich gibt und schön, dass du da bist.